Heute habe ich offizielle Post aus Frankreich bekommen. Oh weh, oh weh. Wir schauen mal rein. Nein, es ist keine Busse, wie man in der Schweiz sagt, also keine Verkehrsübertretung, sondern die französische Umweltplakette. Denn mir war gar nicht bekannt, das habe ich erst dieses Jahr erfahren, dass es in Frankreich eben auch Umweltplaketten gibt. Und als Ausländer muss man die auch drauf haben. Die ersten Umweltzonen, die wurden bereits 2016 eingeführt. Das ging wohl los mit Städten wie Paris, Lyon und Grenoble. Mittlerweile ist auch Straßburg dabei und da führt dann doch zumindest wahrscheinlich der ein oder andere Tagesausflug hin. Und es kann halt relativ teuer werden, wenn man da keine Plakette hat. Der Hauptzweck, klar, Luftverschmutzung senken, Gesundheit der Bewohner schützen. In vielen größeren Städten führt der Dichteverkehr zu hohen Emissionen. Und das ist natürlich wie in den anderen Ländern auch. Und jetzt fragt man sich natürlich, wo kriegt man die Plakette? Als Ausländer kannst du die sehr bequem über diese Webseite hier bestellen. Du kannst hier ein Frankreich zugelassenes Fahrzeug wählen oder eben im Ausland. Und du siehst, die Kosten sind wirklich okay. Das Formular ist auch einigermaßen gut auszufüllen. Es waren ein paar Fragen drin. Die sind aber nicht alle wirklich zwingend. Ich würde darauf achten, welche optional es sind. Du lädst dann deinen Fahrzeugausweis hoch. Und dann bekommst du eben die Einstufung. Das Grüne, das ist hier für Elektrofahrzeuge 1, ist sehr schadstoffarm. Und dann wird es immer schlechter bis zu Grau. In den meisten Gebieten darf man mit der Einstufung 4 oder 5 dann nicht mehr fahren. Und die Umweltplakette muss man ein bisschen Zeit einplanen. Aber es ist relativ kulant gemacht. Nach einem Tag hatte ich eine Rechnung. Da hieß es, die kann ich mir ausdrucken und hinter die Windschutzscheibe legen. Nach diesem einen Tag ging es nochmal 9 Tage, bis dann die eigentliche Vignette bei mir wirklich gelandet ist. Dann der Hinweis hier wichtig. Hüten Sie sich vom Vermittlern und betrügerischen Websites. Wie bei den USA-Visumen gibt es da auch betrügerische Websites. Ich habe Preise gesehen bis 22,50 Euro. Die versuchen da dem nichtsahnen Fahrer das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und da würde ich wirklich sagen, das muss nicht sein. Die Website ist wirklich gut gemacht. Auch, wie gesagt, man kann ja auf Deutsch umstellen. Man muss also kein Französisch kennen. Das ist soweit in Ordnung. Das ist eigentlich schon alles, was du wissen musst. Nicht ganz knapp sich drum kümmern. Aber wie gesagt, im Notfall mit der ausgedruckten E-Mail gehen. Das geht und hat bei mir auch gut funktioniert. Hast du das schon gewusst mit der Umweltplakette in Frankreich? Warst du da schon versorgt? Ich freue mich über Likes und Kommentare. Ich wünsche dir gute Fahrt. Nicht nur nach Frankreich. Schau dir das nächste Video an. Mach's gut, bleib gesund. Ciao.